Oje, oje, oje. Es schien schlimm, um das Königreich zu stehen und um Amadeus, Pontius und Zorja. Die Urwerkritter brachten unsere Helden in unterirdische Zellen, die von der Zerstörung verschont geblieben waren. Sie würden nicht einmal das Licht des Tages sehen, während sie auf Fräulein Sannis und Herrn Godericks nächste Schritte warteten. Also, er erzählt irgendwas gerade. Ich laufe, ich laufe. Darf mir noch niemals was anhören. Endlich sind die Narren dort, wo sie hingehören. Und bald werde ich entschlüsseln, wie ich ihre Kräfte rauben und übertragen kann. Vergesst ihre Kräfte, Goderick. Wir haben die Kinder. Daher müssen wir nicht mehr herausfinden, wie man die Verzauberung der Seele extrahiert. Die Helden des Trine sind harmlos. Unsere Urwerkarmee braucht euch jetzt. Also, kommen die damit wohl wirklich davon? Helden, ich bin in der Mauer. Ich versuche, euch eine Tür zu öffnen. Freiheit! Was ist das für einer? Ja, war wohl nichts mit Tür öffnen. So vielleicht? Ah, das sieht doch gut aus. Die Bibliothekarin. Ich bin schon mal draußen. Ich bin in der Mauer, einem Geheimgang. Das reinste Labyrinth. Ich wollte zu euch, aber stattdessen habe ich die Tür einer anderen Zelle geöffnet. Nein. Ja, fast. Ach so. Ja, machst du mal hoch. Ich dachte, das hält jetzt da oben. Hallo? Nein, was mache ich denn? Warum schwingt die nicht? Oh, die fahre hier runter. Warum hast du das weggemacht? Ja, geh da hoch. Ich bin hier oben. Ich kann da nicht sehen. Bist du da soweit gut? Warte mal, ich kann da was irgendwo hinmachen. Nein, kann ich nicht, weil du das da... Alter, ist das dein Ernst, dass der da runterfällt, wo er da genau drauf gestanden hat? Du schaffst das schon. Ich habe da Vertrauen in dich, dass du runterfällst. Aber oben links war auch noch so ein grünes. Aber du brauchst das Ding nochmal da unten reinstecken. Hallo, ich habe gesagt, oben links war auch noch so ein grünes. Habe ich doch geholt. Nein, ganz oben. Warte mal, ich kann es nicht sehen, oder? Boah, wieso geht der mal nach rechts? Da muss man eben meine Flasche hier ein bisschen wegstellen. Ich kann links nichts mehr sehen. Ja, geil. Also ich glaube, das können wir dann vergessen. Falsche Tast. Ich sage ja, wir müssen uns erstmal wieder dran gewöhnen mit den Tasten. Das können wir dann wohl vergessen, den einen links noch zu holen. Oder jetzt, jetzt... Mal sehen, wo ihr rauskommt. Ja, vergisst das. Wer ist das? Die kenne ich ja gar nicht. Ach, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit, wie Bibliotheken funktionieren. Von mir aus. Mal sehen, wo sie uns hinführt. Kannst du mir vielleicht mal helfen, darüber zu kommen? Nein. Ja, ich merke das schon. Warte mal, ich helfe dir. Geht dir nicht? Geht dir nicht? Kannst du das jetzt mal benutzen? Ja, aber geht das da oben nicht runter? Hup. Ja, aber wie kriegen wir das da hoch? Äh, warte mal. Da komm ich nicht rum, ne? Kannst du das runterziehen? Nee, ne? Danke, dass du mich runterschmeißt. Uh! Muss das runtergezogen werden? Ich weiß es nicht. Aber das geht jetzt alles nicht mehr so schön. Weil dieses blöde Ding jetzt da... So, dann hängt das schon mal runter, dass du vielleicht... Vielleicht musst du zwei runterziehen? Jetzt sind die... Nee, du wirst dem dritten auch noch. Äh... Ja, wie sollen wir das denn machen? Ach, du Scheiße. Hast du nicht noch einen? Du hast doch noch ein Ding. Mach mal hier hinten noch einen drauf. Du kannst doch noch mal eine Kiste machen. Ah, ey. Mach den mal da rum. Dann musst du den in der Mitte noch machen. Wie komm ich denn da durch? Aua, so! Aua, okay, geh, geh, schnell! Geh! Aua, wenn du da weg bist... Na, danke schön, ey. Wieso bist du jetzt nicht durchgekommen? Du warst doch gerade rechts. Weil du das blockiert hast. Nein, du standst rechts. Nein. Du standst ungefähr hier. Und dann bin ich weitergelaufen und bin weggesprungen. Das geht nicht. Ja, weil ich weggehen sollte. Ich komm da nicht durch. Du bist ja gerade eben schon durch gewesen. Häng dich da nochmal dran. Aber dann bleib auch hier auf der Seite. Du verstehst es nicht. Es geht nicht. So, jetzt kommst du wieder hier hin. Ja, aber es geht nicht mit ihr. Dann bleib ich stehen. Hä? Du bist jetzt zurückgepackt. Mann. Weil das so sein soll, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss das die Kiste hier auf die Mittler oder was weiß ich. Keine Ahnung. Nee, ich muss wenn dann eine Kiste da rein machen. Also beziehungsweise die hier rüber holen. Aber du musst da auf jeden Fall nochmal ran. Warte mal, wie kann ich denn das noch machen? Anschießen und ranhängen. Warte mal, ich prob... Ja, nee, nee. Jetzt geht der auf das andere. Ja, aber dann fällt sie doch runter. Dann geht's doch gar nicht. Och, nee. Geht gar nicht. Das geht nicht so schnell. Okay. Man muss die Rechte jetzt nochmal runterziehen. Aber wieso geht das nicht so schnell hier hinten? Hallo? Ja, weil ist... Warte mal. Ich kann da hin, aber sobald du weg... Ja, oder du machst es halt unten fest. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, dass das lang genug ist. Hier oder was? Ja, und dann nach oben fest, eine von beiden. Ja, aber ich kann's ja nicht runterziehen. Ja, die Seite jetzt natürlich nicht, dass die Einzige nicht festmachen kannst. Obwohl... Nee, warte mal. Nee, 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 nee. Geh mal an die Mitte. Doch, das muss die Mitte sein. Häng dich da mal dran. Wie häng dich? Warte mal. Ach, nee, ich geh erstmal nicht. Was willst du jetzt von mir? Dass du dich dran hängst und dass du dann unten drauf zielst, dass das verbunden ist. Dass das da so festhängt. Kannst du natürlich nur, wenn du nicht so wackelst. Hast du? Ja, dann komm jetzt rüber. Das ist doch so einfach gewesen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast es so schwierig gemacht. Ja, ja. Wie immer. Oh. Oh, ich drück immer erst die falsche. Alter. Ähm, ja und jetzt? Jetzt kann ich das natürlich nicht bewegen. Oh, nein, wir wollen nicht so tief. Danke, dass du mich jetzt da unterholst. Nee, Moment, du hast den so tief gemacht hier. Nein. Ja, guck mal, ich stehe hier oben. Ich bin jetzt aber da rüber. Ja, ich bin jetzt da. Nee, da komm ich nicht hin. Jetzt stand es ja gerade schon da. Nein. Oh, das ist so nicht gewollt, aber... Ah, scheiße, da war noch was oben. Ja, hab ich gesehen. Aber... Aber warum... Kann ich da schla... Warte mal. Ach, Mann, ey. Spring mal ganz normal unten rein. Das ist nicht unten. Ich muss doch einfach nur hier oben drauf. Nein, ich kann den nicht mehr bewegen jetzt. Heb den mal hoch. Kann ich nicht. Weil du nicht nach unten gesprungen musst. Ja, das nützt mir noch nichts so weit. Spring einfach rein. Ja, genau das macht es immer kaputt. Mann, ich kann von der Seite nicht reinspringen. Verstehst du es nicht? Es ist doch direkt vor dir. Da ist ein Gitter. Ach so. Boah, ey. Bist du blind oder was? Das kannst du vorher nicht sagen oder was? Naja, jetzt wenn der es nach hier schiebt, sieht man es auch. Ähm... Ja, pass auf. Dann machen wir es anders. Äh, spring mal da drauf. Oh, oh. Kriegst du das heute noch hin? Nein. Ich hoffe, ich muss das nicht sehen. Du musst das dann nicht... Oh, oh. Aber... Wie gesagt. So, die Frage ist jetzt nur, kriege ich das jetzt da hin? Nein, natürlich nicht. Kann man das doch mal machen. Alter, dein Ernst. Jetzt muss ich mich selber da... Ah. Nein. Hallo, geht's noch? Du sollst da drauf stehen bleiben. Ah, das geht gar nicht, oder was? So. Muss ich in die andere Richtung machen? Okay. Frage ist nur, komme ich dann da hin? Ja, gerade noch so. So. Also hier, mach mal eine Stahlkugel hier hin. Da, wo du stehst. Komm mal hier hin. Hier hinten hin. Äh, links davon oder rechts? Direkt hier. Hier, wo ich hätte. Also rechts. Da machst du die Stahlkugel. Genau, leg die da hin. Weg. Ach. Komm, das weiß ich. Wir hören gerade vertraut, seid ihr gut. Wie sollen wir jemals durch diese Dunkelheit kommen? Pass auf, die ist noch nicht drin. Nicht stehen bleiben. Na los. Ja, so kann ich sie nicht nehmen. So. Jetzt haben wir zwei von denen. Aber was bringt uns das? Nee, wir haben nur noch eine. Aber die müssen wir wegtun. Die Frage ist nur, siehst du da irgendwas? Ah, du musst da schießen, aber. Ah, warte mal. Oh, du musst von unten schießen und das auf der anderen Seite treffen, oder was? Pass auf, unten hast du die Flamme, die an ist. Links hast du auch nochmal so ein Ding. Aber du kannst ja nicht von unten nach oben schießen, oder? Oder kannst du da so zickzack irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob es was bringt, wenn ich den hier wegmache. Nee, was das Problem ist. Warte mal. Oder müssen die einfach weg, die Dinger? Wie, die weg? Ja, dass ich den hier wegmachen muss, eventuell. Ja, das Problem ist, dass ich dir was bauen kann zum Ableiten. Obwohl, das bringt auch nichts, ne? Ja, oben vielleicht noch. Warte mal. Kannst du mit dem Protos, äh, mit dem Schild kannst du auch nicht da hin, irgendwie. Das geht ja nicht. Ich mach das Ding mal weg, ja? Guck, nee, nimm mal den Schild. Nimm mal den Schild. Ja, weil ich kann dich sonst nur damit umbringen, deswegen. Ach so, stimmt, ja. Mach da hin oder so. So geht's noch. Ähm. Hallo? Oh, ist das jetzt dein Ernst? Wieso kann ich das jetzt? Äh, mit der Tast. Ach, da komm ich dann aber nicht. Äh, das ist ja doof. Oh. Doch. Äh, äh, mach, mach, mach. Wieso? Nee, da geht's nicht hin, da kannst du dich festmachen. Nein, ich will das ja auch halten, damit du schießen kannst. Ja, aber wenn ich da drauffalle, dann... Du sollst ja auch nicht draufstehen. Ja, ja, aber anders... Ja, schießen darf das Ding, glaube ich nicht. Kannst du nur mal gerne machen, aber ich hätte dir jetzt eher was anderes gedacht. Doch draufschießen geht. Ich weiß noch nicht, ob das dann runterfällt, aber... Ja, du musst, du musst... Warte mal, du musst das aber umlenken. Dreh's mal ein bisschen. Ja, hab ich mir so. Das war so viel. Ach so, du kannst so 90 Grad, ne? Oh, scheiße. Ja, schau, 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 schau. Nein, komm noch mal zurück. Willst du nicht mal von hier probieren? Aber der lenkt gar nicht ab. Der lenkt gar nicht ab. Wisst du das? Aber ich dachte, die Kugeln und so, die lenken alle ab. Schau mal, stopp. Ja, dann macht der nix hier. Das ist ja die Wand. Nee, nee. Nee, der legt nicht, nee. Was? Na gut, das wird ja auch nix bringen. Der lenkt auch nicht ab, ne? Probier mal. Doch, der schon? Hä? Warte mal. Die Frage ist nur, wohin dann eventuell. Ja, aber dann geht der nicht. Warte mal, der würde, weil er von oben kommt, nach unten lenken. Mach den mal in die Mitte ein bisschen, oder mach den mal so. Nee, runter. Ja, welchen bitte? In der Mitte von deinem Strahl, oder? Wo ich stehe. Ja, so ein Stück. Ich kann da durch. Wieso kann ich da durch? Etwas höher, etwas... Na, das geht nicht. Jetzt... Das lenkt ja auf einmal nicht mehr ab, muss ich mich jetzt fragen. Wenn ein einziger, den du eine Variable einstellen kannst, ist der Protos. Der wird sein Schild, der kann das Schild ja so drehen. Achso, den. Ähm. Nein. Der kann... Nein! Ich weiß nicht mehr, wie ich das Schild machen soll. Nein! Ja, so genommen. Moment, äh... Ach nee, so war das. Äh, ja, ja. Nein! Upp! Pfff! So, aber das Problem ist, es bringt dir ja natürlich nichts, weil es ja noch andersrum geht. Eigentlich müsste ich da unten hängen. Ja, aber hängen geht dir gar nicht. Der ist doch schon wieder so scheiße, ey. Ich meine, ich könnte dich hier in der Mitte erhöhen oder irgendwas machen zum Draufstehen. Warte mal, lass mich mal den Typ nehmen. Ich nehme mal ihn. Weil ich will mal was probieren. Warte mal, wie kann ich nochmal... Äh, was ist das denn jetzt? Mann! Wie kann ich hier nochmal... Nein! Komisch, dass man da nichts draufstellen kann. Äh, das ist komisch. Das ist doch... Ach, die hängt an der Wand. Hm, nee, die hängt ja an der Wand. Das bringt ja gar nichts. Die Sieger kann man in die Wand machen. Warte mal. Ja, was bringt dir das? So, ich bring mich hier selber um. Ich versuche mich hier einfach zu schützen. Ah, wie kann ich das wegmachen? Du musst das obere wegnehmen, denn... Ja, ich krieg's nicht mehr darunter jetzt. Ach, Mann, ist das ne Scheiße. Wie kann man das... Warte mal. Irgendwie konnte man das doch wegmachen. Du kannst das zweimal herstellen, dann ist es weg. Nee, ich kann's gar nicht mehr. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen, weil ich eben mit dem Chat bin, ey, Mann, ey. Mann! Ja, weil das eine geht ja nicht weg. Also hier geht's auch nicht an die Wand. Ich dachte, das kann man an die Wand machen hier. Nee, das wär's jetzt gewesen. Nee, geht gar nicht. Oh, ich glaube, ich hab's weggefeuert. Ja, aber wenn man das wegfeuern kann, ist es nicht so wichtig. Ja, das ist sehr schön gebaut. Aber was bringt dir das jetzt? Ach, Mann, ey. Aber wir sind uns einig, dass wir unten das Ding irgendwie nach oben anfeuern müssen, ne? Ja, ja. Ich mein, theoretisch... Theoretisch könnte ich auch hier umlenken, wenn das hier hochgehen würde. Aber das Problem ist, du kannst halt den Fall nur nach unten lenken. Warte mal doch. Oder kannst du oben irgendwo was festmachen? Warte mal, warte mal, warte mal. Äh... Was ist denn? Achtung. Was ist denn, wenn wir hier... Ja, ich kann hier hängen. Wenn man das so... Nein! Oh, Alter. Ich hänge mal ein bisschen hier ab. Ich wollte hier gerade so eine geile Konstruktion machen, weißt du? So, wenn du jetzt guckst, dass du von oben... Ah, nee, dann schießt der auch wieder nach unten. Guten Tag. Ich dachte, jetzt, du könntest dann hier runter und nach oben schießen und ich lenke das dann so ab, weißt du? Aber das geht hier auch nicht. Nee. Die Idee ist aber gut. Die Frage ist... Ja, doch, Moment, du kannst dich doch am Seil runterlassen. Kommt da ja nicht hin. Nee, äh, da meinte ich jetzt eigentlich nicht mal. Von der Seite ist ja genau falsch rum. Ah, warte, warte, warte. Was denn? Das... Warum wackele ich so? Ich hab's. Du kannst mich mal. So, ich lasse dich jetzt... Nein, ich komm nicht. Ja, du hast mich umgebrannt. Jetzt mach ich jetzt mal da weg. Hallo? Weil ich das jetzt oder du... Ich schieße jetzt mal... Ich schieße jetzt mal weg. Ich schieße auf dich. Ich schieße dir in den Abend. Oh. Ja, aber jetzt muss das da hinten ja noch nicht... Ey! Ja, jetzt lauf doch nicht da hoch. Ich wollte das über dir abstellen. Ja, so geht's auch. Ähm, ja, jetzt muss das da durch. Die Frage ist nur... So vielleicht. Oh, pff. Entschuldigung. Mann, ey. Ich wollte das Ding gerade loswerden. Und du springst. Oh, oh. Oh. Hier kommt jetzt. Ich geh weg. Nein. Das ist so ausfällig? Ja, aber da oben nicht. Warte mal, wir müssen erst mal gucken, wohin... Ach, hier unten! Ach, komm mal hier rüber. Also bleib mal hier stehen. Komm, komm zu mir. Oh, danke. Ich wollte gerade noch gesagt haben, ich lass dich erst mal vorspringen. Dann können wir ja mal gucken, was passiert. Aber nein! Nein! Oh, du musst doch eine Kugel hierhin machen. Mach mal eine Kugel hierhin. Was für eine Kugel? Ja, aber nicht auf die Klappe. Ach so, so eine Kugel. Ach nee, schade, die können wir nicht nehmen, oder? Die sollst du nicht nehmen. Die will ich ja noch mit... Hinter dich legen. Einfach da hinlegen. Nee. Oh. Ich bin hier drin. Geh mal alleine vor. Das kannst du machen. Nein! Ach so, ich dachte, ich wäre hier sicher. Scheiße. Ja, du hättest schießen müssen. Dann wäre ich sicher gewesen, aber... Okay. Ja, aber wie kommen wir da oben drauf? Du hast einen neuen Brief gefunden. Bitte an Margret vom Arkanen aller Leise. Liebe Mama, wir wurden entführt. Schicke bitte nicht, Papa. Du kannst uns doch retten. Ich glaube an dich und deine Feuerbälle. Julius hat er vergessen zu sagen. Oh, Julius. Er hängt sehr an seiner Mutter. Ja, theoretisch. Ja, warte mal. Nein. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Wahrscheinlich eher nicht. Doch, mach mal die Fläche da dran. Dann kann ich nicht hochhangeln. Ja, wenn ich mich hier bewegen könnte, ja. Aber ich weiß nicht, ob das kaputt geht. Das ist das Problem. Ah, nee. Geht nicht kaputt. Nein, warum reise ich das ab? Was ist das denn? Hä, was ist das für eine Scheiße? Ja gut, ich komme nicht dran, weil jetzt das Seil dran hängt. Oh, aua. Aua. Hallo, willst du mich hier veräppeln? Kann das sein, dass du dann... Mach mal einen der Klötze hin. Mach das mal weg. Mach mal einen 4 gegen Klötze hin, ob das besser ist. Vielleicht kann ich mich da besser an der Seite dran machen. Aber das wird nicht zusammengehen. Das wird ja nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Versuch erst mal, ob das runterzieht oder nicht. Ja, toll. Ja, toll. Aber... Aua. Super, danke. Jetzt kann ich es gar nicht mehr mitbringen. Was ist das jetzt? Schnell, da dran. Das Wasser treibt nicht so. Nein, so komme ich nicht rüber. Du sollst ja auch nicht rüberkommen. Oh, ich... Oh, ja. Was... Was sollte das jetzt werden? Ja, ich dachte eigentlich, weil der da nicht ganz nach unten geht. Ich war jetzt gerade am gucken, aber oben rüber kann man nicht gehen. Man muss das wirklich über unten machen, ne? Also eins habe ich schon mal. Warte, warte, warte. Au, au. Zwei hast du? Das mittlere wird schwierig. Oh, okay. Ich habe es. Ich schaue jetzt ab hier. Tschüss. Nein. Ich würde gerne, wenn ich hier durchgehe. Au, au. Sag mal, geht es noch? Das war ich noch nicht. Das war das Ding. Hätten wir auch gesagt? Äh, kannst du das mal weg tun? Nein, kommst du nicht. Ne, du musst erst mal da was hinmachen unten. Wo hast du das Teil jetzt hingemacht? Das ist ja ganz weg. Ja, irgendwie kommt das nicht mal runter. Keine Ahnung. Es ist weg. Keine Ahnung. Oh, oh, oh. Hau die mal um. Ja. Das war geil. Das hast du gut gemacht. Oh. Warte mal. Ne, da hängt es nicht. Oh. Oh. Nein. Nein, wieso kann ich den Dicken jetzt nicht nehmen? Komm mal, der ist hier. Ich bin hier mit dem Dicken. Ja, aber ich brauche den. Ja, du musst aber runterkommen. Ne, ich brauche den Dicken. Nein, hier unten brauchen wir den Dicken. Komm mal hier runter. Aber wir brauchen den. Ich brauche erst den Dicken, sonst kann ich nicht kommen. Nein. Dann nehme ich halt das selber. Ging das noch mal? Dann mache ich halt alles alleine. Boah, wie kann man nochmal sch... Ah. Okay. Wie geht das denn? Mann, ey. Wenn ich die scheiß Bogenschützin. Wie kann man nochmal die Dicken... Ach so, ja. Ach komm, wieso komme ich jetzt nicht mehr auf den Zauberer? Was ist das für eine Scheiße? Jetzt kommt es auf den Zauberer. Weil sonst komme ich nicht runter. Dann kann ich das Ding nicht festhalten. So. Aber das Problem ist... Interessant, dass die explosiven Fässer in diesem Loch gelagert werden. Interessant? Weil wir uns selbst in die Luft jagen, wenn wir sie sprengen? Und was, wenn wir hier wie gegrillte Ratten enden? Aber wie kannst du die anzünden? Ach so, da hinten. Ja, wir müssen... Wie kriegen wir das Ding denn hoch? Das hast du doch gerade irgendwie hoch. Ja, man kann... Ich kann das hoch machen hier. Aber du musst das fast nochmal da weg machen. Warte mal, aber wir haben ja nichts zum Anzünden, oder? Ja, das ist doch dahinter. Deswegen muss es ja hoch. Warte mal eben. Ich habe das eben anders gemacht. Wie habe ich das gemacht? Ah, warte, warte. Geh mal da weg, geh mal da weg. Ähm. Stehe ich natürlich auch noch hier im Weg? Oh, ja, natürlich. Warte, jetzt. Du musst aber von oben schießen, wenn das Fass anzünden willst. Und du stehst direkt auf dem Ding drauf. Ja, so geht's auch. Ich habe gerade noch gedacht, das war jetzt nicht ganz so günstig. Aber so geht's auch. Okay. Gucken wir einfach drüber. Gucken wir mal, kannst du das holen da oben? Ah, nicht so weit. Warte mal, da oben war noch was. Ja, da müssen wir das Ding durchhauen. Du musst das mit dem Schweren machen. Weil da musst du da mal runtergehen. Geh mal da runter. Jetzt geh mal schon mal. Also auch, du nimmst den Schweren. Ne, das geht nicht damit. Ach so. Scheiße, einer muss das runter machen. Dann leg die Kugel mal hier ab. Warte. Ich mach's runter. Ne, der drauf kannst du nicht legen. Dann ist hier oben sicher. Ach so. Ne. Nein, du musst hier oben hinlegen. Äh, wie ging das jetzt nochmal? Scheiße. Shift und, also bei mir ist die Shift-Taste das. Ne, ne, ne. Die warst du nicht. Hättest du mich besser machen lassen. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ach so. Kannst du mir die Kugel mal hinmachen? Oh, ne. Ja, warte, warte, warte. Ich muss erst mal. Oder so. Da kommst du oben drauf vielleicht. Dann müsstest du einen oben drauf. So, dann kannst du mal eben die Kugel machen. Wenn das jetzt weg geht, ist ja nicht schlimm. Nein, nein, ich will, pass auf. Das Problem ist, die muss man festhalten, wenn man jetzt... Also, das gesehen, das war wie ein Torschuss. Ja, Angeber. Jetzt komm mal wieder hoch mit dem Ding. Sonst komm ich da nicht rüber. Zack. Gab's das? Jetzt können wir unten das holen. Da müssen wir nochmal hinten. Oh, äh. Ja, du solltest erst mal... Ach so, hier können wir nicht, oder? Ne, da musst du nochmal was drauf machen. Oder so, ja. Kann man da noch rüber? Nein. Okay. Wir sind beide gestern. Danke, dass du... Da unten ist doch irgendwas. Ja, ich kann mit dir nicht umgehen. Das ist doch das Problem. Ich weiß. Ja, aber du warst jetzt der Dicke. Und da konnte ich jetzt nicht... Uiuiuiuiuiui. Da oben ist was gewesen. Nein! Da oben das Ei... Aua! Die haben mich runtergeschossen! Die Ratten. Die Drecksratten. Das geht nicht so weit. Ja, geil. Ich kann auch nicht mal von einem aufs andere springen. Wollt ihr mich denn vereppeln? Ich hab die Ratte. Nein, ich hab die Ratte. Nein! Jetzt spring! Naja, zumindest das Ding habe ich schon mal. Oh, ich wollte da hochgehen. Äh, kannst du mal nicht... Was ist das? Warum kommt der so viel vor? Ich versuche die zu blockieren, damit du hier nicht kaputt gehst. Hallo? Nein! Jetzt geh doch höher! Warum geht die nicht? Hä, warum geht das nicht? Hä? Jetzt kommen da keine mehr, oder was? Wozu sind die Schätzchen veräppeln? Warte, warte! Oh, ich hab die Dinger. Es kommen doch nur welche. Oh! Oh! Ich hab die Dinger. Ich geh da mal weiter. Aha! Wir haben ganz schön viel. Guck mal. Halb, wir sind ganz schön scheiße. Ach, hier bin ich. Ich dachte, das sind die Ratten. Die alten Ratten. Aber du musst das Wasser mal... Kannst du das irgendwie hier, warte mal, hier kommt es nicht raus. Kannst du das irgendwie löschen da? Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, ob wir das löschen sollen. Das ist das Problem. Ja, wahrscheinlich. Ah ja, sieht so aus. Die Frage ist, mach mal den Zauberer. Konnten die Dinger nicht auch weiterleiten? Ja, ja, ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie der geht. So. Aber ich komme... Nee, warte mal, so hoch? Ja, warte. Aber was bringt uns hier? Nee, warte mal. Mach mir hier mal eben so ein Block hier hin. Ah, warte, doch, doch. Ich habe eine Idee. Na, na, na. Na, 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 na. Komm mal da runter. Du musst da runterkommen. Ja, so komme ich jetzt gar nicht irgendwo mal. Geh jetzt mal runter. So, ja, das ist toll. Du musst aber das hoch machen, also schräg machen. Da darfst du nicht draufstehen. Ich weiß auch nicht, ob es mit dem Wasser jetzt klappt. Doch, das muss ja klappen. Oh, was war das? Was war das hier gerade? Ich kann das. Äh, oder du musst hier link... Oh, nee, geht ja gar nicht. Ich habe es ausgemacht. Kannst hier drüber gehen. Oh, ich bin runtergefallen. Aha, ich bleib doch mal hier oben. Ja, aber hier ist ja was. Wir müssen hier weiter. Na, du Knabe. Da oben ist noch was. Oh, da. Sonst war da nichts links, ne? Hier ist nichts mehr, oder? Nein, hier kommst du nicht weiter. Wo geht es denn hier weiter? In die rechts. Ja, wie denn? Ach da. Sag das doch. Hab ich doch. Aber zu spät. Da ist auch wieder Feuer irgendwie zum Anmachen. Aber wo ist Feuer hier? Huch, habe ich mich hier zu schrumpen. Äh, ja, du musst schießen. Ich kann mit der nicht umgehen. Ja, aber einer muss dann... Was, da musst du das machen. Und du musst das so hier drunter machen. Ich will erstmal, dass du schießen kannst, weil sonst kann ich gar nichts machen. Warte mal. Aua. So, du musst das nach da oben machen. Die Frage ist... Ja, ich krieg zwar beide, aber nicht so... Ja, aber gut genug anscheinend. Weil ich perfekt schießen kann, ich bin Robin Huttnick. Ja, ja, traurig heute. Interessante Pfeile. Wer hält von Hütten und Weisen? Werte Helden, würdet ihr mich kurz entschuldigen? Lass dir Zeit. Bist ja nicht so, als wären wir schwer beschäftigt. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. bis bei dir jetzt auf Armen ... die�� rage und